Kommst du zufällig aus Polen? Ja, ich bin halb Pole. Achso, weil du hast mein Herz gestohlen. Und der war wieder so alt und so schlecht. Also fandst du jetzt meinen Polenspruch nicht so gut sozusagen? Du bist einfach hässlich, Mann. Jo, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Leute. Heute ist es mal wieder soweit. Wir waren auf Omekle unterwegs. Und es sind auf jeden Fall wieder einige sehr coole Dinge passiert. Deswegen schaut das Video bis zum Ende an oder es werden schlimme Dinge passieren, ja. Auf jeden Fall wollte ich nur noch mal kurz anmerken. Wenn ihr kein Abonnent seid, dann lasst bitte ein Abo da. Weil es ist einfach unfassbar. Aber 68% der Leute, die meine Videos schauen, sind einfach keine Abonnenten. Dann merkt man wieder, wie irrelevant ich bin. Ja, moin. Ne, aber wirklich, lasst auf jeden Fall gerne ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Und aktiviert die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Ähm, und ich würde sagen, der Linus hält jetzt einfach mal schön seine Fresse. Und ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Tschüss, schnick, wie geht's? Ey, du bist doch der von TikTok. Ne. Doch. Ne. Ich hab dich gesehen. Ich bin's aber nicht, Leute. Klar, ich hab dich... Nein, Mann, ich hab dich... Doch, du bist das. Ich hab nicht mal TikTok. Ich bin das? Hä? Wer soll ich denn sein? Sag Wallah. Wallah. Wenn ich dich heute Abend nochmal seh, irgendwo auf TikTok, ne? Bruder, was geht? Herzlich willkommen auf TikTok. Hahaha. Du schon wieder. So ein Zufall, dass du gerade am Essen bist. Wieso Zufall? Äh. Äh, weil du... Ich hab... Also, wie kann ich mich aus der Situation wieder retten? Ach, gar nicht. Machst du gerade ne Aufnahme? Ja, ja. Kann ich rein? Ne. Bitte? Mach was Cooles. Ist ich ne Rockstar-Dose, Echsen? Das wär cool. Kann ich zufällig heute bei euch schlafen? Mein Bett ist kaputt. Nein. Ey, lass dich... Äh. Äh. Ich meine, ich will ja bei dir schlafen, Brudi. Ich... No homo so ein bisschen. Aber warte, was ich mich gerade frage. Wieso liegst du mit zwei Mädchen in deinem Bett? Bruder, ich könnte ja... Dann würde ich eigentlich auch an sich nicht stören, so. Tim, was geht? Was geht, Murat? Der heißt Ali. Ich heiße Mohan. Ich komme aus ganzem Land. Ich komme aus Deutschland. Bist du Kartoffeln? Ich bin übel Kartoffel, Digga. Guck, 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 guck. Das, das ist Kartoffeln. Lange Socken latschen. Kartoffeln. Aber wir bringen dich zum Kanacken. Wir machen dir eine Ausbildung bei euch. Okay, macht Ausbildung zum Kanacken für mich. Erstmal musst du so richtig so... So. 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 Du musst sehr, sehr viel tiefer sein. Wo? Wo? Gebt mir. Geh. Okay, wartet, wartet. Wallah, was ist los, Blama? Alles gut, Digga? Du brauchst Baden. Ich habe Baden. Ich habe Baden. Warte. Hey, was? Zeig. Doch, der hat schon ein bisschen was. Bisschen. Bisschen, bisschen. Ich stehe mal aus. Zeig mal so, wie du leust. Boah. Ja, Bruder. Du musst so breit laufen. Nicht, nicht zu viel. Du fliegst ja nicht. Sorry. Ich kann gerade nicht hier weggehen. Ich komme hier nicht raus. Bin zu breit. Du kommst dir so bekannt vor. Sehe ich aus wie deine zukünftige Freundin, oder was? Meine Frau. Also, ich würde es machen so. Ich sage dir ehrlich, ich hätte keine Angst mehr, wenn ich dich als Freund hätte. Ich glaube, auf deine Freundin, wenn du daneben stehst, mach keine Auge. Da kommt von hinten schneller die Hand, als sie gucken können. Never. Warte mal. Hä? Niemals. Hä? 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 Warte mal. Das ist doch schon jetzt. Nee, das ist nicht der von TikTok. Von TikTok. Was für TikTok, Alter. Seid ihr Kinder, oder was? Nee, weißt du? Wer benutzt den TikTok, LOL? So dumm, Alter. Ey, ich kriege so einen Anfall, wenn ich immer lese, Wish Zone of Rift bestellt. Perfekt. Rift Zone of Rift bestellt. Ja, weil man dann als Nachmacher bezeichnet wird und dann... Ja, ja, vor allem so, als hätte der das angefangen, so mit Omikle. Das stimmt aber gar nicht. Der ist einfach nur eingestiegen und dann haben wir halt alle den gefeiert. Echt so, das kotzt mich übel an, dass immer alle Wish Zone of Rift... Rift Zone of Wish bestellt sagen. Kriegen Anfall, Alter.